Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Community hier zu einem weiteren Teil des Stationiers Tutorials mit mir, dem Chris und heute wollen wir mal über den kreativen Modus sprechen. Das kommt ja immer wieder auf die Frage, Creative Mode, was ist das, was kann man da machen, wozu braucht man den und welche Vorteile oder Nachteile habe ich davon und das werden wir jetzt mal besprechen. Wie ihr vielleicht wisst, könnt ihr beim Spielstart auswählen, ob ihr kreativ spielen wollt oder Survival. Survival bedeutet, ihr müsst euch um alles selbst kümmern, das heißt ihr müsst Erze sammeln, ihr müsst für Sauerstoff sorgen, ihr müsst hier unten Essen und Trinken besorgen und ihr müsst jeden einzelnen Stein, den ihr quasi braucht, müsst ihr farmen. Und die Geräte, wie sowas zum Beispiel der Ofen, der jetzt mehrere Ausbaustufen hat, ja, also ihr kennt das ja, man setzt den Ofen, dann muss man Stahlplatten schweißen, dann muss man da, la, 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 la. Diese ganzen Stufen, die müsst ihr dann alle durcharbeiten und das ist dann im Survival-Modus, ja, da geht es dann halt ums Überleben und nebenbei Bauen. Im Creative-Modus ist es so, da habt ihr einige Verbesserungen in dem Sinne, dass ihr eben nicht mehr so gestresst seid, sondern ihr könnt dann quasi in Ruhe bauen und müsst euch nicht um euer Leben fürchten oder um irgendwelche anderen Sachen, ja, die könnt ihr dann einfach vergessen oder sagen wir mal so in gewisser Weise vergessen. Und im Creative-Modus kann man halt schneller bauen, da man bauen kann, ohne dass man die Materialien erst farmen muss, ja. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir in den Creative-Modus, ja, ihr könnt den einmal bei Save-Game-Start oder bei Spiel-Start auswählen, aber wenn ihr natürlich jetzt schon mitten im Spiel seid und sagt, oh, ich möchte jetzt gerne Creative spielen, dann könnt ihr das natürlich auch verstellen, ja. Um das zu verstellen, müsst ihr in euren Ordner von euren Save-Games reingehen, da habt ihr dann in dem Fall hier den Dokumente-My-Games-Stationiers-Saves-Ordner und in diesem Ordner sucht ihr euch euer Save-Game raus, geht in diesen Ordner rein, in dieses Save-Game und in diesem Save-Game findet ihr eine Datei, die heißt World Settings XML. Und diese Datei macht ihr rechts auf und sagt bearbeiten oder wie gesagt, ich nutze Notepad++, ist ein schöner Editor, kann ich wirklich empfehlen, den einfach installieren, runterladen, installieren, dann klickt da drauf Edit with Notepad++, also aufmachen mit Notepad++, World Settings XML. Und diese macht ihr dann auf und dann sieht die so aus und da seht ihr schon, da habe ich euch das schon angezeichnet, gleich in den ersten 5 Zeilen seht ihr es, Game Mode Creative. Also hier würde bei euch jetzt stehen Game Mode und hier zwischen dieses Creative, was ich grün gemacht habe, da steht dann Survival bei euch. Und dann schreibt ihr einfach Creative rein mit einem großen C und dann speichert ihr die World Settings XML ab und dann ist euer Spiel beim nächsten Neustart ein kreatives Spiel. Bitte aufpassen, macht euch von eurer World Settings XML, hier macht euch von der ein Backup, falls irgendwas schief geht, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit zurückzukommen. So und genauso kommt ihr vom Creative Modus auch wieder zurück in den Survival Modus. Ihr müsst einfach nur hier anstatt Creative, schreibt ihr dann hin, Survival. So und dann speichert ihr das ab und dann ist euer Spiel wieder im Survival Modus. So und im Creative Modus angekommen, wenn euer Spiel dann geladen wurde mit dem Creative, dann drückt ihr einfach die Raute Taste und dann geht hier oben so ein schönes Fensterschen auf. Und wenn ihr mit der Maus da so ein bisschen drin rumscrollt, dann seht ihr schon, das sind die ganzen Sachen, die wir so kennen. Aber die sind natürlich alle in Englisch und das ist auch einer der vielen Gründe, warum ich sage, spielt das Spiel in Englisch. Denn ihr könnt diese Sachen, die ihr braucht, hier natürlich suchen. Aber es ist natürlich schöner, hier oben im Textfeld danach zu suchen. Wenn ich zum Beispiel nach Kabel suche, da seht ihr, das findet ihr nicht. Und wenn ihr aber nach Cable sucht, dann seht ihr, das Kabel ist da. Ja, also wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Englisch könnt oder beziehungsweise wenn ihr die englischen Begriffe hier im Spiel kennt, dann könnt ihr ganz schnell Dinge finden. Ja, aber ihr könnt euch natürlich auch hier durchscrollen und die Sachen dann spawnen, die ihr braucht. Ja, zum Beispiel hier so eine Suppe, die klickt ihr dann einfach an, dann geht das Fenster zu. Und wenn ihr nochmal Raute Taste drückt, seht ihr, dass die einen kleinen Haken hat hier. Und wenn ich jetzt F9 drücke, dann habe ich meine Büchse und kann die essen. Ja, ich brauche jetzt keine essen, weil ich habe das ausgeschaltet. Also, das allererste, was ihr macht, ihr sucht euch erstmal das Authoring Tool. Ja, Out, A-U-T-H geschrieben, Authoring Tool. Anklicken, F9 drücken und schon habt ihr euer Authoring Tool. Ich habe jetzt zwei, weil ich habe schon eins gehabt, das ist der sogenannte Zeigestock. Ja, und der Zeigestock, das ist euer kreatives Werkzeug, was ihr benötigt. Wenn wir zum Beispiel Kabel verlegen wollten, ja, dann würden wir jetzt wahrscheinlich die Auto-Taste drücken. Dann drücken wir, suchen wir nach Cable Coil, klicken die an, drücken F9, haben unser Kabel, suchen uns unsere Zange. Und, ja, nein, das ist ja kreativ. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist im Survival-Modus, wie es im Survival-Modus ist. Wir im Creative-Modus machen das anders. Wir nehmen uns das Authoring Tool, und dafür ist es nämlich da, und damit bauen wir unsere kreative Welt. Das geht nämlich weitaus schneller, als dieser Scheiß mit den Kabeln und der Zange und dem hast du nicht gesehen. Und deswegen zeige ich euch jetzt, wie das geht. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihr nehmt den Zeigestock halt in der Hand, drückt die Auto-Taste, sucht nach Kabel, ja, Kabel, klickt die Kabel Coil an, dann ist sie ausgewählt. Und das, was ihr hier ausgewählt habt, könnt ihr dann mit dem Zeigestock, mit der rechten Maustaste spawnen. Und schon habt ihr hier ein Kabel. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt ein Heavy-Cable nehmen, da klicken wir hier drauf, und drücken wieder die rechte Maustaste, und schon haben wir ein schweres Kabel. Oder wenn wir sagen, wir wollen eine Sicherung spawnen, klicken wir die rechte Maustaste, und schon haben wir eine Schmelzsicherung. Und so baut man im Creative-Modus. Und wenn man zum Beispiel, ähm, Sheets bauen will, äh, Sheets sei schon, äh, wir brauchen ja ja Rüste. Wie heißen die in Englisch? Scheiße, ich weiß nicht, wie sie in Englisch heißen. Ist egal. Hat sie erledigt. So, dann gibt's noch eine andere Möglichkeit. Ihr könnt nämlich mit dem Stick auch, also mit dem Zeigestock, ich nenne jetzt mal Stick, mit dem Stick könnt ihr auch Sachen, ähm, konstruieren, kopieren und löschen. Und das ist der eigentliche Trick des Creative-Modus. Ähm, und dann zeige ich euch dann, wie man das Gerüst, äh, herstellt. Und zwar, können wir, wenn wir so ein Gerüst gesetzt haben, ja, ich, äh, kopiere mir das mal, damit ich mal, äh, eins spawnen kann. Also, wenn ihr so ein Gerüst gespawnt habt, ja, so, jetzt habt ihr ein Gerüst gespawnt. So, guckt mal, wie schnell das geht. Easy peasy, ja. Ja, dann könnt ihr einfach mit der gedrückten linken Maustaste die zwei Stufen durchschweißen. Erste Stufe, zweite Stufe, erste Stufe, zweite Stufe. Ja, also immer gedrückte Maustaste. Guckt mal, wie schnell man bauen kann. Seht ihr das? Das ist great. Und wenn das, ähm, dann gebaut ist, dann könnt ihr mit dem Austering-Stick, also mit dem, ich nenne es jetzt mal Stick, mit dem Stick könnt ihr einfach, wenn ihr die, also wenn ihr die letzte Stufe des Ausbaus erreicht habt, das heißt, das Gerät ist fertig, könnt ihr einfach, wenn ihr die linke Maustaste nochmal gedrückt lasst, könnt ihr es wieder auf Stufe 1 zurückbauen. Stufe 2, Stufe 3. Wieder gedrückt lassen. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Ja, so, das ist der eine Trick. Das heißt, man muss nicht mehr die einzelnen Stufen der Geräte durcharbeiten, hier mit Baumaschine und Schweißbrenner und haste nicht gesehen, sondern man kann die Tools einfach so zerlegen und aufbauen. Ich zeige euch das ja, wie gesagt, hier am Gerüst. So, und der nächste Trick ist, wenn wir zum Beispiel dieses Gerüst öfter bauen wollen, dann könnten wir jetzt natürlich Raute-Taste drücken, könnten wir das Gerüst suchen, aber wie gesagt, in meinem Fall, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es auf Englisch heißt, deswegen kann ich das auch einfach kopieren. Das heißt, ich drücke F wie Kopieren, also F wie Friedrich, F wie Kopieren, Foppy, lasst es gedrückt und da seht ihr schon, dass der, da müssen wir mal den Dings ausmachen, so. Ja, wenn er F drückt, da seht ihr, also F ist ja auch Wechsel von Werkzeug in Dings, deswegen müsst ihr bei F ein bisschen aufpassen, muss hier das Ding hier alles zu sein, ja, also einfach Öl drücken, dann geht alles zu. So, ich lasse F gedrückt, dann steht da Copy. Und jetzt können wir mit der linken Maustaste das Ganze kopieren und jetzt haben wir das Gerüst kopiert. Jetzt können wir das Gerüst mit der rechten Maustaste spornen, so wie wir es kennen, ja, so, und da seht ihr schon, das geht super einfach, rechte Maustaste drücken, dann kommt ihr aus dem Baumodus raus und jetzt könnt ihr hier einfach bauen. Ja, easy peasy. Einfach linke Maustaste drücken lassen, schon habt ihr hier Vendee gebaut. Ja, super, super, super einfach. So, und jetzt können wir natürlich sagen, oh, jetzt ist das hier total blöd, ich will das nicht mehr, wie kriege ich das jetzt wieder weg? Das geht auch sehr schnell, man braucht einfach nur die C-Taste drücken und gedrückt lassen, dann steht da Delete, löschen und dann macht man einfach, bup, 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 bup. Einfach so, können wir das machen. Ja. So funktioniert das Authoring Tool. Mit dem Authoring Tool kann man auch noch andere Sachen machen, nämlich zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich habe einen Tank und ich möchte in diesen Tank Gas einfüllen. Beim Creative Modus werdet ihr wahrscheinlich kein Gas produzieren, sondern ihr werdet es irgendwie in die Tanks reinhaben wollen, damit ihr dann mit eurer Anlage arbeiten könnt. Und jetzt die Frage, wie kriegt man Gas in so einen Tank? Ja, das geht auch im Creative Modus, kann man Tanks auch mit Gas versorgen. In dem Fall brauchen wir jetzt erstmal die Information, wie viel da drin ist. In dem Fall sind es jetzt 1180 Kilomolen, wir dürfen ja nicht zu viel einfüllen, sonst platzt es ja der Dings, der Kanister. Und jetzt nehmen wir das Authoring Tool und fahren mal mit dem Authoring Tool über den Tank und da sehen wir, der hat so eine Referenz. Ja, da steht Referenz-ID 3216. Diese Zahl müssen wir uns merken. Und die brauchen wir nämlich, um dem Tank jetzt Gas zuzuführen. In dem Fall Wassertank. So, was wir jetzt machen ist, wir drücken Enter, da kommen wir in das Chat-Menü. Und in dem Chat-Menü müsst ihr euch jetzt erstmal einloggen mit eurem Passwort. Und jetzt die Frage, wer weiß ich für ein Passwort? Ich habe da ja kein Passwort. Doch, habt ihr. Ihr drückt die Escape-Taste. Ihr geht in die Settings. Und ihr geht hier unter Mehrspieler. Hier steht ein Passwort. Dieses Passwort könnt ihr eintragen. Könnt ihr eintragen, was ihr wollt. Nehmt da jetzt euer eigenes Passwort. Wir nennen es, sag ich mal, Stationiers. Dann drückt ihr Enter. Dann geht ihr in dieses Feld. Gebt das Passwort ein. Zum Beispiel Stationiers. Muss das gleiche sein, ja. Enter. Nur dann wird es auch übernommen. Hier bitte Passwort eingeben. Enter drücken. Hier Passwort eingeben. Enter drücken. Dann habt ihr ein Passwort vergeben. So. Und in diesem Passwort, dieses Passwort müsst ihr dann eingeben, indem ihr jetzt Enter drückt. Dann gebt ihr ein, also ein Slash oben auf der 7, ne. Slash. Login. Und dann euer Passwort. Dann müsste da stehen, Login Successful. Und nur dann funktioniert es auch. Und der zweite Befehl ist dann folgender. Und zwar Add Gas. Also A, D, 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 A, S. Ja, auch wieder mit dem Slash davor. Freizeichen. Dann wollen wir die Tank-ID haben. Die Tank-ID war ja 3216. Wieder ein Freizeichen. Dann will er wissen, was für ein Gas-Typ, also was für ein Gas wollt ihr verwenden. In dem Fall H2O ist die 5. Ich schreibe euch die Liste unter das Video, damit ihr wisst, welcher Typ welches Gas ist. H2O ist 5. Und dann wie viel Mol. Und ich sag mal so, wir machen mal 500 Mol. Nicht zu viel, damit der Tank nicht explodiert. Und dann drücken wir Enter. Und da steht, habt ihr gerade gesehen. Added 500 Mol of Water to Dynamic MK2 Liquid Canister Water. Da seht ihr das. Ja, und wenn ich jetzt hier auf den Tank gucke, dann sehen wir 1447 Mol sind da jetzt drin. Man hat das auch oben am Zeiger gesehen. Ich zeige euch das ja nochmal jetzt hier. Hier oben seht ihr ja den Zeiger. Ja, guckt mal da drauf. Jetzt drücken wir mal Enter. Jetzt machen wir wieder Add Gas. 3216. 5 ist Wasser. Und wir wollen 500 Mol dazu machen. Jetzt guckt mal hier oben auf die Anzeige. Ups. Hammer. Hinzugefügt. Das Wasser wird immer mit einer Temperatur von 20 Grad hinzugefügt. Das müsst ihr auch wissen für eure Kühlung oder sowas. Und wie gesagt, ich schreibe euch dann die Liste der entsprechenden Gase, die ihr adden könnt. Das packe ich euch in die Videobeschreibung. Ich habe hier so einen schönen Zettel gemacht. Ich habe es nämlich alles ausprobiert. Da hatten wir Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, CO2, X-Gase, Wasser, Stickoxide, Raketenfühl, also Raketentreibstoff und normaler Treibstoff. Die Sachen können wir machen. Geht von 0 bis 8. Könnt ihr auch selber mal ausprobieren. Aber das ist das Ding. Und wie gesagt, aufpassen bei diesem Modus hier mit dem Add Gas. Da wird nicht überprüft, ob der Tank schon voll ist oder nicht. Wenn ihr da zu viel einfüllt, explodiert euch der Tank. Also aufpassen. Auch da geht es darum, dass ihr da ein bisschen wisst, was er da tut. Aber das ist zum Beispiel der Creative Modus. Und damit könnt ihr eigentlich alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt damit zum Beispiel eure Welten bauen, ohne dass ihr euch jetzt um Wasser, um Gase einen Kopf machen müsst. Ihr könnt schön kreativ sein. Ihr könnt bauen, das so geht nicht mehr. Ihr könnt zum Beispiel auch das Verrotten vom Essen damit abstellen. Indem ihr dann zum Beispiel wieder die Enter-Taste drückt. Wieder den Slash auf der 7. Also Shift 7. Und dann Set Decay. So heißt ja der Befehl dafür. Set Decay. Also S-E-T-D-E-C-A-Y. Set Decay. Und da könnt ihr jetzt irgendeinen Wert eingeben. Zum Beispiel sagen wir mal 1000. Und dann ist der Decay jetzt auf 1000 gesetzt. Und das heißt, dass eure Sachen, wie zum Beispiel eure Pflanzen, dann nicht mehr verrotten können. Weil das Decay ist dann so hoch, also die Verrottungszeit, dass euch da nichts mehr passiert. Ich zeige euch das hier auch nochmal schnell, indem ich mich hier nochmal kurz in meine, äh, in mein Tutorial, ähm, Dings hier, äh, Greenhouse mich mal kurz reinpuste. Und da seht ihr dann, dass wir eben tatsächlich dann keinerlei Decay mehr haben. Also wir haben da noch Decay, aber das ist, äh, also Verrottung, aber die Zeit ist so lang, ja. Ja, also, ich weiß gar nicht, was hier, ob es hier überhaupt irgendwas gibt, was Decay hätte. Ja, da guckt mal, da seht ihr 6000 Stunden, ja. Und das sind Spielstunden, ja. Das sind nicht reale Stunden, sondern Spielstunden. Ja. Also da seht ihr, da habt ihr dann Ruhe. Und dann könnt ihr in Ruhe kreativ sein, ohne dass euch das Essen verrottet. Und theoretisch ist das auch egal, ob euch das Essen verrottet, denn ihr müsst ja nicht mehr essen und trinken. Und selbst wenn, könntet ihr euch ja die Sachen auch einfach spawnen, ja. Wenn ihr zum Beispiel Wasser braucht, könnt ihr euch auch einfach eine Wasserflasche spawnen, die ihr dann auffüllt, ja. Also, das war's zum Thema Creative Modus. Ähm, wenn euch dazu noch was einfällt oder ihr noch Fragen habt, dann meldet euch einfach bei mir, dann können wir da nochmal drüber sprechen. Denkt dran, vielleicht Kommentare schreiben und natürlich liken und, äh, ja, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Station S Tutorial oder in der nächsten Let's Play Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, euer Chris.